Angekackt, na iiih! Der hat dieser zierliche Name, kann bloß von einer Frau stammen. Äh... Falsche Information? Achso, ja. Au! Hab ihn! Dass mich jetzt nicht Durchfall gekillt hat, wundervoll! Herzlich Willkommen bei Counter-Strike Global Offensive. Wir spielen jetzt online mit anderen oder gegen anderen, je nachdem wie man es sieht. Und wir sind... Das ist zum einen die Killermandy. Hallöchen! Der Schnube. Hallo! Die Lidi07. Hallo! Und natürlich ist der Jaro. Und wir machen jetzt Ärger auf Nook. Und da habe ich schon einen ersten. Und da habe ich jetzt einen zweiten. Und das fängt schon mal gut an. Mhm. Und die Runde lief schon im Moment. Aber... Ja. Und wir sind natürlich bei Knalltöting Gaming. Oh ja, danke liebe Killermandy. Du rettest immer wieder das Wort. Vielen Dank. Bitte. Killermandy ist halt cool. Dann würde es ja CooleMandy heißen. The CoolerMandy. CoolerMandy. Das könnte man auch zu CoolerJaro sagen. Nee, nee. CoolerJaro. Wir sind hier im Spiel. Und nicht in real life. Oh, jetzt habe ich mich aber schrocken. Wir sind nur im Kreis. Real life my fire. Take, take that. 1900 und. Ein Stück. Das ist bestimmt 93 oder sowas. Ja, ich habe meine Schlippis noch den geschmissen. Na, take that. Spiel eure Gegnerin. Hab ihn. Hab ihn. Die Schlippis waren voll. Das war ja richter Killerangriff. Hm. Was ist das nicht nun? Killer. Killer Schlippi war das. Die Killerwine. Hahaha. Ich bin übrigens eure Gegnerin. Achso. Sehr schön, Lidi. Hab ich gar nicht gemacht, Yahoo. Hab ihn. Au, 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 au. Schießt mir den Rücken. Hat mich. Wir brauchen auch Konkurrenz im eigenen Feld. Wer hat mich platt gemacht? Angekackt. Angekackt? Na, iiih. Der hat dieser zierliche Name. Kann bloß von einer Frau stammen. Äh. Falsche Information. Achso, ja. Au. Hab ihn. Dass mich jetzt nicht durchfallgekillt hat, wundert mich eigentlich. Hahaha. Killer Mandy ist weiblich. Ja. Ich glaube schon. Das ist nicht so viel Persönliches. Hab ihn. Ich hab grad angekackt, angeschissen. Äh. Angekackt, angeschissen. Du sollst dich ja schon guter verwenden, wenn du aufnimmst. Oh mein Gott. So ne Scheiße. Oh mein Gott. Tiiiit. 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 Au, 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 au. Hab ihn. Hab mich. Denk grad, ihr könnt auch Kinder zugucken. Achso, die ist so ne Otze hier. Schwer blöde. Hahaha. Oh, da war ein Freund. Ups. Ups. Das muss drauf schießen. Hallo. Was geht denn hier an? Lidi, ich hab dich. Da war ein böser. Äh, schon was doch. Schieße mir die Lieben ab. Ne toll. Ach, meine Güte. Sind die Lieben jetzt doch wohl nicht mehr lieb. Ne, die mögen eh nicht mehr. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Aber leider hast du mich nicht. Hab ihn. Ja, ho. Oh, das war Lidi. Oh, Entschuldigung, Lidi. Wieso? Das ist der Punkt für uns. Ah ja, stimmt. Hab ihn. Doreen. Geht die Türe offen? Ne, natürlich nicht. Mit der eine ist immer hinterher gerannt. Ne, hab ich doch nicht. Es geht bing, bing, bing. Es kann kaum gehen bing, bing. Achso. Bing, bing, bing. Das ist ja das Ding, wenn ihr Ging-Ging reingeschneit kommt. Ging-Ging-Ging. Als Ging-Ging-Ging-Ging mit. Ja, genau. Der tut mir zu schnell auf, äh, zu langsam aufschlagen. Oder Ging-Ging? Ja, der auch. Au, ho, ho, ho. Der hat mich mit der Pistole und keine Ahnung. Doppelkill. Was, du? Ja. Mensch, Killer-Menty. Killer-Menty ist gut. Der eine hatte wahrscheinlich nur eine Energie, der andere zwei hat. Das ist manchmal wirklich zum Beispiel sogar praktisch in den Köpfen. Es läuft. Ähm, Herr Schnupe, Sie sind irgendwie besser als ich grade. Oh. 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 Der ist eigentlich besser als... Du kannst ja noch mal aufnehmen. Hehehe. Hehehe. Hey, das war unfair, wer auch immer das war. Oh. Oh, jetzt bin ich mit der Sniper unterwegs. Meine Lidi. Angekackt. Angekackt. Ihhh. Au, ah, ah. Mich hat einer angekackt, der Wolf. Was ist der Wolf? Und dann angekackt. Lidi, ich musste, ich musste nachladen. Warum hast du mich nicht abgeknallt? Ja, Lidi, hab ich dich abgeknallt. Oh. Da bin der Sniper unterwegs. Ich hab's gesehen. Oh, 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 oh. Der Wolf hat mich wieder zerlegt. Ui. Wolf, gang. Stimmt. Damit herzlich die Grüße an Wolf. Der Wolf hat dich hintergangen. Ja. Wolf, uh, oh. Der Wolf ist hinter mir gegangen, ja. Au, au, au. Hab ihn. Oh, Lidi. Der Wolf ist schneller. Zu langsam. Zu langsam. Au, mich hat irgendwie so ein langes Passwortblatt gemacht. Hallo. Ich bin da. Oh, je, je, je. Was ist denn jetzt los? Äh, ne. Falsche Waffe. Ja, gut, stimmt. Wir nehmen ja oft da. Kann's nicht laufen. Oh, da kann ich ja Lidi abknallen. Die hat die falsche Waffe. Nee, richtige Waffe hab ich ausgewählt. Ich wollte nachher... Der gerade... Ich hab angekackt, angeschossen. Äh, abgeschossen. Weil der lief so gebückt halt, wie angekackt. So. Ich hab vielleicht gerade einen Haufen gesetzt. Ja. Der angekackte Wolf hat mich gerade schon... Ich hab mich schlubber getötet. Hey, was? Schlubber. Ich war ja schon schwer verletzt. Ach so. Schwerst verletzt. Woher geht's irgendwie hier? Wo sind die Bösen jetzt hin? Oh, hier hängt der Back. Hallo. Ja, Papa. Da sieht das nicht aus. Oh, Papa. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Mit der Waffe komm ich nicht klar. Ja, wo ist sie? Wo ist Lidi? Ja, alle Lidi suchen. Los. Los. Lidi, komm her. Ich bin hier gar keine. Ich guck mir euch die Gegend hier an. Ich auch. Die ganze Zeit. Also, äh... Schöne Gegend. Nicht schlecht. Ja. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Vor mir hätt der Papst. Ne, kann nicht sein. Weißt du, wo ich gelandet bin? Auf dem Turm ganz oben. Achso, dieser Lidi. Der vor mir hättest aber Papst. Papst mit Tee hinten. Oh. Also, Papst. Au, au, au. Und wie komm ich immer da runter? Na, außen ist das schon gut. Ja, ich war noch nie auf dem Turm da oben. Au, hab ihn! Hab ihn! Ich mach mal oben. Ich mach hier oben oben Kills. Hey, das war unfair. Da hab ich schon oben Kills verbutet. Juhu. Weil ich war für Pepe Bison. Pepe Bison? Geht. Oh, angekackt schon wieder und schon wieder der Wolf. Die scheinen sich zu kennen. Warum hat hier hinten jemand e Bild mit e Teddy mit ner rosa Schwuchtelfrisur? Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Das hat mich endlich mal da oben einer runter, also hat mich endlich mal einer von oben runter gehüllt. Angekackt! Oh, schon wird er angekackt. Angekackt? Ja. Ja. Der hat dich angekackt. Der, der mich gekillt hat, der hieß angekackt. Mit Vornamen. Angekackt Müller. Hab ihn! Ne, hab ihn doch nicht. Hab ihn! Hab ihn! Es hat nicht Bing Bing gemacht, okay. Es hat nicht Bing Bing gemacht. Bei mir hat's auch Bing Bing Bing, aber jetzt hat's bei dem Bing 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 gemacht. Woher rumst du überall? Es ist wie im Krieg. Wenn auch noch immer es noch immer bin. So wie fährst du jetzt da. Mist. Der Clement war das. Clement Fischer. Das ist bestimmt der Clement. Oh. Oh! Und das war keine gute Runde. Oh, Killer Menti ist noch zehnte geworden. Jawoll. Mensch. Oh, ich hab zehn Kills. Talida Liti hat zehn Kills gemacht. Ich hab 16, Killer Menti 11 und Schnupe 17. Oh, wenn wir das mal keinen erkennen haben. Das Ergebnis ist jetzt. Wählen wir natürlich klack mal Österreich aus hier. Benni Österreich. Officer. Oh, Österreich kommt sogar. Oh ne. Und damit seid ihr heute herzlich willkommen. Wir spielen eine Bonusrunde und das auf Österreich. Und das alles nach dem Ladebildschirm, wenn er in einer Sekunde beginnt. Und zwar. Oh, jetzt gleich. In drei Sekunden jetzt wieder. Jetzt wieder zwei eins. Und jetzt lädt er hoffentlich auch schon was. Ja, er lädt Österreich. Adolfo Hitlero, da kam doch eigentlich auch aus Österreich, he? Der Adolfo Hitlero, ja. Ja, ursprünglich. Naja, das ist Adolfos Haus. Äh, Land. Stadt. Was sagst du dazu, Killer Menti? Mhm. Achso, achso. Mhm, sag man da. Mhm. Aber ich bin trotzdem wieder mal ein Polizist, wenn ich gleich auswählen darf. Genau. So, und zwar jetzt. Schnupe ist sogar schon da. Spiel beginnt. Oh. Also nicht auf Schnupe schießen? Doch. Nee, das ist ein Böse. Jetzt nicht mehr so tot. Das war Schnupe sogar. War das? Das Schnupe, der ist so eine richtige Rampensau. Ich sag jetzt mal was. Lidi, lädt das bei dir noch? Wie immer? Ja. Wie immer. Welt wird entielern! Warte. Na komm wir einfach, ich will ja ein Spawn-Killer sein. Nee, ich. Nee, ich. Au, scheiße. Oh, der hinter uns! Au, au, au. Au! Ihr wollt mich killen? Ja. Weil du gewartet hast. Wo ist der? Ist denn noch ein Spawn-Punkt? Ach, das war Talita? Nee, das ist Talita hier noch. Das war Talita, ja. Ich bin noch am Laden. Achso, da warst du nicht Talida. Wo ist er? Äh, Lidhi meine ich ist Talida, Talida ist... Talida ist... Lidhi ist im Shop, aber ich will es noch shoppen. Ja. Wie immer. Ja, nach dem Laden bin ich shoppen. Im Laden meinst du? Am Laden. Am Laden. Hab ihn, hab ihn übrigens. Also ich weiß gar nicht, wie viel hab ich in den Shop. Schnubbel, sie ist ein Dritter. Au. Äh... Wie ist ein Zweiter? Frau Killermandy, wo ist sie? Oder hinten? Ähm... Sind wir eigentlich, sind wir eigentlich in dem Team? Ich glaube ja, also Karte hab ich Schnubbel gesehen, der sah aus wie ein Polizist. Ähm... Ich bin da. Du bist da. Bist du Polizist oder? Gegner. Wie immer. Lidhi. Ja, weil Lidhi, äh äh... Lidhi hatte einen relativ langsamen Computer. Ja, das stimmt, das muss man auch noch richtig sagen. Schnubbel! Schnubbel! Entschuldigung. Äh, und da wurde ich natürlich da zugelost, wo Platz ist. Genau, aber trotzdem. Wie kommt ihr da mit? Au. Sie ist ja gerne unser Gegner. Au, au, au. Genau. Ja, das stimmt. Da hast du mal recht. Oh, nee. Falsch angeklickt. Benny! Benny? Benny? Oh, nee, jetzt. Ich will die Waffe mir aus dem Leib. Ich hasse die P90. Ja, dann nimm sie doch nicht. Ja, ich bin aus dem Tropfen gekommen. Ich wollte eigentlich nicht die Lidhi nicht so. Warte mal, jetzt gerade leise. Lidhi. Aber gut, es war auch ganz gut schon. Au, au, au. Hat mich. Au, au, au. Hat mich. Weil hier spiel der Wolf mit. Au, au, au. Ist er angekackt eigentlich noch da? Oder scheiß der gerade? Äh, kackt der gerade? Angekackt! Ah, okay. Der ist doch noch da. Okay, behau auf mit. Wenn der angekackt hat, muss er ja bei uns sein. Ja, ja. Ja, stimmt. Wenn der Lidhi killt, ja. Hallo. Ich hab den köpisch gerade die Fris- Ich hab den gerade die Frisur runtergeschossen. Unschlecht. Boah, hier ist alles voller Blut. Ekliges Spiel. Tolles Spiel. Au. Au. Das war ein Sniper. Hey, geht's noch? Ich hab nur gerade mir ne Waffe ausgesucht. Oh. Oh. Und ihr tut mich gleich alle abwarten. Nein. Das ist verboten. Nein. Doch. Da war grad ein Huhn. Dün. Oh. Warte, mir ist irgendwo was Böses gerade lang gelaufen. Da muss ich meinen da her. Böses. Hier. Oh. Das war der Klement. Also ein bisschen aus Zement. Oh, au, au, au. Hallo? Ja, ho. Was warst du? Was? Was? Ja. Oh, oh, oh. Was? Was ist der Saufsack? Ah ne, irgendwas mit Crack. Ich hab mir schon gesagt, der ist Saufsack. Kielementi hat den Papst getötet. Ja, dann heidewitzka. Amen. Nein. Hä. Oh, äh, buh. Das sind wir ja dann ja. Also katholisch gibt's nicht mehr. Ne. Hallo? Übelst langes Passwortname. Warte mal, hier ist einer. Ah ja, genau. Ich seh, wer ist wer. Komm, hier bleib stehen. Ja. Hallo, Jaro. Entschuldigung. Ich hab auf dich gewartet, bis du wieder lebst. Genau. Entschuldigung, Frau Lidi. Frau Jaro. Ey, die Frau Jaro. Herr von und zu Kaiser Jaro, bitte. Oh, Gott. Frau, äh, Herr Teufel, Frau. Teufel? Angekackt hat mich getötet. Ach so, aber wo angekackt? Schnubbel, wo bist denn du? Hä? Hä? Ähm, äh, hier irgendwo, hier irgendwo. Im Winter. Das würd ich auch nicht sagen wegen Lidi. In, 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 ist reich bin ich. Hö? Genau. Hö? Hö? Ich hab mein Leben für Huhn geopfert. Hä? 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 Du! Du, schnubbelst von... Ja! Alles gut, Jungs, ich bins nur. Oh, au, au, au! Der ist da nicht. Oh! Nicht tot. Aah! Der Wolf hat nicht wieder hintergangen. Er wird mal Huhn. Das Huhn war gut. So, ich werd auch jetzt mal ein paar Leute suchen... Da war... Ah, wieder hier. Die Spawn-Killer sind wieder unterwegs. Die kennen sich ja ganz gut aus. Die sind nicht wie wir, dass wir das hier in 15 Jahren nicht gespielt haben. Die wissen genau, wo die Spawn-Punkte sind. Ja, und du hast mir mein Hund geklaut. Was hab ich denn geklaut? Dein Buch? Huhn. Achso, dein Hund. Was hab ich denn schon dein Buch geklaut? Nee, nee, das auch. Welches denn? Oh, da war halt einer. Mein Lieblingsbuch. Spawn-Kellers mal wieder unterwegs. Und zwar mein Minecraft-Buch. Oh. Aber Österreich läuft ganz gut mit dir. Österreich ist nicht meine Karte. Meine eher. Ah, nee, verflickt. Verflickt oder verklickt? Verklickt. Au, Lidie. Ich hab dich mit der P90 gekillt. Hallo, Lidie, nimmst du nicht? Das hab ich sogar gewundert, ja. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich verklickt. Jaro abgeknallt. Ja, toll. Ja, ausgerechnet mich. Ja, ausgerechnet mich. Ja, ausgerechnet mich. Ich hab jetzt auch mal einen Papst getillt. Das war schon unser nächster Papst. Ja, da war schon wieder weißer Rauch aus dem Schornstein. Ja, das sind ja. Au, da kann man der Wolf in der Frucht. Oh, du kommst in die Hölle. Amen. Hab ihn. Ne, die bleibt noch mal stehen, ja. Ich hab Manty gekillt, deine Frau. Deswegen hast du mich umgebracht. Welche Manty? Weißt du die Killer Manty? Ja, die Killer Manty. Jetzt hab ich die P90 mit Absicht genommen. Nee, Quatsch. Die Killer Manty heißt. Genau. Mich hat der Pinocchio glatt gemacht. Ist das nicht im Videostudio? Jetzt hab ich die P90 mit Absicht genommen. Ja, das war's mal. Gipsklippe gar nicht mehr. Ach so. Okay. Mal ein Video ein. Aber war nie so besonders. So besonders? Wieso nicht? Was mach ich? Ich hab ja Sony Vegas Videostudio 15. Ich hab ja mal Werbung gemacht. Hab ihn. Hab ihn. Aber steht ja unten in der Videobeschreibung, ob das irgendjemand nicht merken konnte, was ich jetzt gesagt hab. So. Einfach unten reingucken. Und da steht alle Infos drin. Hab ihn. Und auch was für Knalltüten mitspielen. Ja, vor mir laufen jetzt ziemlich viele davon. Damit meine ich das Huhn. Das Huhn? Knalltütenhuhn. Ja, ich hab das Huhn gekillt. Ah. Du Mörder. Ich glaube. Warte, hier steht einer. Aber der wird irgendwie nicht hell. Oder jetzt? Hallo Schnuber. Wie geht's noch? Ich wollte dich gerade erst erlegen. So wie so ein Schwein. Ja. Oha. Entschuldigung. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich gewartet. Achso. Da war gerade einer, der wollte Spawnkill machen. Au. Da wollte er nicht. Das hat aber nicht geklappt, als ich ihn zuerst erschlossen hab. Opa, ich war gerade nicht dabei, jemanden Spawn zu killen. Du wisst doch gar nicht, wie alt er Schnupe ist. Dann wisst doch gar nicht, ob sie Opa ist. Äh. Schnupe, ja. Killer Schnupe. Schnupe. Schnupe klingt so alt. Schnupe ist. Schnupe ist. Ist alt. Von der alten norwegischen Götter irgendwas. Hochtrabendes. Achso. Ja. Ich war da irgendwie Gott. Achso. Gottverdammtes. Piep. Ja. Irgend so was. Ja. Irgendwie. Irgendwie. Hier steht der Geist. Oh, jetzt ist es noch. Ich, ich. Steh 3 Millionen da und warten bis der mitkommt. Ja, ja. Ist doch garo. Ja, ich hab, ich habe nicht. Ich hab grad eine übelst schöne Runde. Hier steht wieder ein Geist. Herr Henning oder wer ist. Henning. Spien. Henning. Henning weiß bloß. Ach Scheiße Henning. Klasst mich. Hat mich, hasst mich. Irgendwie sowas. Ah, Scheiße. Verdammt meine ich. 2 7 7 2 also das heißt das soll man ja nicht sagen, wenn wir aufnehmen soll man ja sagen, Code oder irgendwas angekackt angekackt und zwei Hühner gleichzeitig ja ich hab auch ein Huhn zumindest und jetzt noch und hab ihn zwei Hühner zwei Hühner gleichzeitig war auch nicht so verkehrt hab ich doch nicht so ich war bestimmt dick ja hab ihn weil du wolltest mich abknallen während ich einen Huhn töte hat wenn man sich mal schnell umentscheidet, toll ich dachte ich mich töte dich so Huhn während ich einen Huhn getötet hat hat mich der Papst zerlegt, toll merke Gottes Wille an uns allen den Glitzer vorbeiziehen Aaaaah überall war irgendwelch böse also da gehört der Schnurre der Jahre 85 und auch Klaments dazu wie kann er was der Jahre 85 au ja das hab ich gesehen das war der Teddy mit den rosa Haaren hallo hallo mein Mäusch ist der schwul gewesen oder was ja das kann sein au jawoll jawoll vielen Dank vielen Dank vielen Dank vielen Dank an alle und ich danke der Community und ich danke meinen Eltern und ich danke meiner Oma für den leckeren Kuchen und ich danke den Kissen oh ok und damit verabschiede ich mich vom heutigen Tage und sage bye bye und ciao ciao bis nächstes Mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bitte warten. Und so.